...nämlich zum Anziehen dieser Schuhe. Ich habe immer Angst, Birkenstocks anzuziehen, weil ich befürchte, dass die von unten meinen Charakter übernehmen. Weißt du, du ziehst so Birkenstocks an und das nächste, was du machst, du tanzt deinen Zahnstein weg. Also dafür habe ich mir schon immer Pauken gewünscht, ist das schön. So, wir erinnern uns, ich steppe jetzt mit Birkenstocks zu backen, ich muss mich aber optisch noch ganz kurz in die Figur hineinversetzen, weil ich weiß, wie die damals aussah. Wow. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017